so gut da sind wir wieder mit einer weiteren neuen folge ich dachte kann von hier aus sagt ja auch für so ein einkaufswagen immer mein gehirn ist warm ich habe mich einfach tatsächlich dazu entschieden haufer die gute auch wenn es eigentlich zu offensichtlich ist aber ich dachte alles andere wäre nicht die frage ist war das mal ganz kurz ich muss ganz kurz was gucken kann man die eigentlich im nachhinein okay umfam kann man sie nicht hätte ich mal doch hellblau machen sollen ich meine eigentlich immer noch wie teuer war ein ei war eigentlich gar nicht so teuer problem ist wir bräuchten erstmal erstmal gucken ob es dafür was gibt hellblau gibt es doch ne ja okay wo gibt es eigentlich wäre türkis besser aber türkis gibt sie gar nicht und es ist ja zieren ist ja quasi türkis passt am ehesten okay das heißt verdammt ich brauche noch mal ein bisschen bronze ja natürlich wieder zu wenig ist doch scheiße einmal zin einmal kupfer mit dem fußchen scheinbar nicht interessant was jetzt an die poste man hier bei der legiermaschine machen einmal du einmal du dankeschön so ich back mir einen kakao dankeschön was ja wir wollen eine edelstahl waren ganz vergessen der egelstahl hier also stahl halt oder ja so ich mache denn war kurz ich muss mal gucken wir brauchen noch zwei name text hat mal ein weil die vorhandenen müssen wir mit nennen dann brauchten wir noch mal sechs mal papier warum das hier eigentlich nicht rumlaufen so kommt noch da sechs mal papier eins zwei drei vier fünf sechs wir brauchen zweimal schwarze farbe wir brauchen einmal blau und einmal grün für zieren wir brauchen zweimal wolle da haben wir hier bestimmt keine rein zufällig rumfliegenderweise diese treppen und so laufen kann der glaube nicht ne ach so halt sie hat gerade aktuell gar kein Chor ach scheiße das heißt ich möchte auch noch ein Chor an den zweiten kannst du hier runterlaufen? das heißt ich möchte einfach nur auf die linie also wirklich einfach nur auf die linie du arme kleine tut mir so leid wir schauen gut das ist aber das heißt wir brauchen auf jeden fall noch mal auch noch ein programmier kern scheiße ja so das heißt wir wollen wir für den weiteren kern auch wieder das und einmal hier machen wir aber auch wieder auf verfolger also diese diese orange haben wir noch einmal das heißt das haben wir schon mal jetzt haben wir nur noch diese beiden name text und da brauchen wir bloß noch einmal wolle dann haben wir die auch alles verdammt verzichten für die nette kommen ja auch eisen mir sagt auch immer keiner bescheid hier ich fühle mich immer so alleine 1234 richtig aber schmiede eisen schmiede eisen das haben wir wir haben papier achten jetzt kommt stoff also hier also hätte hätte doch haben wir doch ist doch das hier ist super ich habe keine da mich normal ok das ist immer ein bisschen blöd dass solange du das einer hand hält diese dauer nicht bedient kannst hier kann klicken ich möchte mit der shift taste kann ich einfach gar nichts mit der einfachen link klicken müsste funktionieren wie auch nicht jetzt eine fresse das so kann man nicht decken natürlich nicht so einfach holen wir brauchen noch mal ein eck also und wir brauchen es ja du da rein einmal recht vollkommen aus darin sehr schön du kommst da du kommst da und du kommst da das ist eine einschlafmaschine ja man dachte da rockt die bude alter der club brennt die heutigen beat also schon vorbei so das gucken hier damit ich jetzt nichts falsches eingebe gucke ich mal ganz kurz im internet nach genau das passt sogar mit den augenfarben richtig gut so du so jetzt bekommst du ein kern du ein kern so mit der farbe ob ich einfach wegschmeiße aber ganz ehrliche zweimal farbe die aber wahrscheinlich nie wieder im leben brauchen werden ein gutes fragen ich kann ich ja aufheben das vielleicht doch schon er war zwei roboter gut bei ihr passt die rote auf bin ich aber bei ihr erschreckend gut du kannst da rein also genau so die sachen die unten rein können so und wieder abstürzen du aus du aus so übrigens sind die sind die roboter in keiner weise kampffähig das heißt gerade wenn man so wie unten mit dem dungeon master gerade zum beispiel da muss man aufpassen dass die nicht in die quere vom dungeon master rennen oder der dungeon master auf die getriggert wird ich weiß gar nicht ob es überhaupt geht aber wenn ja dann kriegt sie halt schaden ohne sich zu verteidigen und das würde natürlich deren tod bedeuten ja einmal kiefern holz schrubbschachtel ganz ehrlich hier auch hier immer noch die sachen für den nächsten reaktor wenn wir ein bauern wollen habe ich komplett vergessen so einfach so so was da können wir noch wegpacken eigentlich da du hast genau die steine kann man wieder weg bringen oder ganz ehrlich kommen da war jetzt unsere große anlage wobei wir mal gucken müssen wenn ich nicht dass wir bald zu wenig kohle haben das schöne ist ja wir können unsere anlage sogar umbauen 48 84 spiel passen eine doppelkiste rein auf jeden fall glaube ich weniger doppelkiste gehen also ich kann hier mal nachgucken wobei in der blöde herr ist fünf mal dreizehner ab geht und dann schon zum viertel voll gut ich wollte gerade sagen wir müssen uns nicht dass wir hier die ganze koppelstern raus und irgendwann out of cobblestone sind aber da ist wohl noch ein bisschen hin stimmt jetzt hier ist gerade mal etwas weniger etwas mehr als die hälfte halterwürfel cobblestone ja so muss sein so was wollen wir hier mit der maus easy so jetzt haben wir schon noch da die frage natürlich meine die jetzt war süß aus und alles aber das problem ist natürlich hier meine landschaft ist etwas ungeeignet man sieht ja wo sie über die schaden ja zumindest sollten sich rot auf leider sich bei denen aber auch um kein leben keine lebensanzeige können sie überhaupt schaden nehmen können sie überhaupt sterben die wird komplett hängen wie gesagt ich habe wirklich nur rein eine luftlinie zu gehen und sich auch relativ aufhängen zu können die ist auch hängen geblieben gut ich meine das jetzt genau versuchen nebeneinander zu laufen macht sache nicht gerade einfacher weil sich natürlich noch schneller aufhängen können aber hey es ist trotzdem das könntest auf der welt so da hätten wir das ja auch schon mal dann können wir eigentlich zu unserer zu unserem zweiten haus gehen und da eigentlich anfangen und weiterzubauen die sachen dafür haben wir ja alle noch die wanne hier in der tasche haben wir noch weiß im blut und noch mal gott so den ganzen ist dafür das problem ist bei den robotern dann ist die müssen wir wirklich mal mitnehmen weil wenn wir das travel net benutzen oder uns wohin teleportieren dann kommt ihr natürlich nicht mit die werden ja nicht mit teleportiert wenn ich jetzt hier zum spawn gehe bin ich ab jetzt ganz allein die hinten hängen hängen von hinten rum ja deswegen immer gut aufpassen dass wir eigentlich den weg rumstehen so einfach reinkommen beide hier danke wir fallen lassen alter nein bestimmt nicht so aber ich muss jetzt einfach das natürlich das problem dass er das ja nicht dass dieser fangstab natürlich kaputt ist das heißt wenn wir nicht so häufig aussetzen und wir einfangen naja ist natürlich denn der ding man sieht schon zentel ist schon runter oder so weniger als ein zentel aber so knapp ein zentel ich möchte noch zu meinem haus das heißt wir müssen schon aufpassen dass man die nicht so oft empfangen und ich meine andererseits so teuer zum fangstab nicht einmal mese als andere ist sowieso pille palle geht also aber ja so bei dem haus hier hatten war ja jetzt zuletzt die tür gemacht obwohl ich mir noch nicht sicher bin ob ich das wirklich so gerne hätte werden doch die bäume gepflanzt nachher da sind ja die bäume sind gewachsen das aber sehr schön dann habe ich sie gleich runter denn wir brauchen definitiv mehr holz aber so was von mir holz wir sollten es vielleicht haben wir auch die haben wir nicht vielleicht noch ein paar drohe mitnehmen die hier die ganzen blätter zum beispiel lagern können sonst klatscht die scheiße hier die kisten zu wobei ich sehe gerade die kisten sind relativ leer das sollte also ein scheiß problem sein ich packe mal hier noch mal rein habe hier ein bisschen mehr platz so hier ist nur krimskrams drinnen genau packe ich dich erst mal da rein so und dann ab zum nächsten jetzt mal schön viel holz wo wir werden gar kein farbiger block aber nicht politisch gemeint die sind alle nicht farbig geworden da ist doch schon wieder etwas kaputt hier ich glaube ich bin voll so denn packen wir ganz so holz erstmal hier rein die blätter packe ich hier mit rein können wir höchstens nutzen um die öfen anzufeuern oder so art und die handzüger kommen die kohle wieder raus und packt die kohle erstmal hier rein und packe ich da jetzt erstmal steck blätter rein das macht dann erstmal mehr sinn denke ich mal da wir hier relativ schnell wieder daran kommen halt aber wieder so richtig alte spielmechaniken öfen bei blätter betreiben weil sie überhaupt kisten benutzen hier für den ganzen staff ist so retro alles so ein holz gerade mal gut das heute nehme ich jetzt gleich mal die hand und dann gucken wir nämlich mal wie hier die holz vertreten nämlich weitermachen genau einfluss habe ich kann das sehr gut ich hoffe ich das ganze so gut wird wie ich mir das vorstelle vor allem weil für mich halt zwischen den folgen mal relativ große lücken dazwischen sind ich habe schon hunger okay das war jetzt verschwindet aber egal wir haben ja hier den guten stoff hinten auch wo kommt denn da her weil ich meine zeit hier habe ich nicht geerntet das heißt ich hoffe dass ich nicht durcheinander kommen dass ich unbedingt nicht weiß wie ich jetzt genau bauen wollte also hier passiert na gut der was nicht so viel der weiße muss man muss man muss man immer aufpassen dass man sich auch so sie nicht aufgedrückt hält das ist der gesamte raum wieder weg das wäre sehr traurig so quer verstreben würde ich hier drinnen erst noch nicht machen da ich nicht wirklich war obwohl doch 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 macht so einmal hier auf jeden fall das kann ich ja die umrandung vom haus gefangen finde gut dann jetzt will ich auch nicht meine katze könnte ich einfach drunter durchlaufen kann ich die auch fangen schade hier habe ich nämlich hier oben links helft das habe ich halt bei den robotern nicht deswegen keine frage ob ich die überhaupt beschädigen kann weil die haben auch hier ne du hast ja immer wenn du die anschläge hast ja immer so zum einen diesen sound zum anderen auch diesen backslash und die hatte ich ja bei den robotern kann ich nicht gehabt das ist eine gute frage ob man die vielleicht gar nicht beschädigen kann oder nur andere die beschädigen können das war nicht so viel so dass ich es erst mal die dinger hier machen da haben wir noch neun stück im inventar das wird ja bei weitem nicht reichen also halt hier noch welche aber das ist wahrscheinlich auch bei weitem nicht reichen habe ich das gefühl das waren die 12 war ja 72 das reicht bei weitem nicht das heißt haben wir noch irgendwie so sonst das dabei ja haben wir noch ok gut 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 dann können ich das kann ich das eigentlich mal in den ofen schmeißen denn ich glaube fast wer het gebrauchen können ja wie war das nicht ich kann die die einbrennen hier oder also kurz critik ne kann ich nicht ich muss echt erst die dinger aus machen das ist ja heftig oder die wieder ein rezept was ich übersehe nee muss ich mich erst mal aufteilen na gut dann nehmen wir also sowieso erst mal die hälfte davon so 49 erst mal da also stelle reserve und dann macht an die kinder gar nicht ein bisschen ja noch zwei überlassen denn aus denen machen wir jetzt jeweils 96 von die dinger schauen wir mit dem graf passt ich habe keine ahnung ja doch sollte er doch passt locker oder doch sieht aus wie es passt also wenn wir im haus ausgehen wenn wir hier eine riesige blumfläche allerdings gibt es hier kein blau und kein lila was ja bei unserem haus wieder massig ist so sind die orte doch unterschiedlich so witzig ich habe jetzt auch die mod ist habe ich glaube schon erzählt gehabt diese mod installiert die die pflanzen verbreitung vermehrung man dass die welt miteinander ja ist das schon ja richtig hochgeschraubt oder überhaupt eine mod reingemacht dass dafür verstärkt und dementsprechend jetzt die die pflanzen wieder so ausbreiten wie sie es damals getan haben vor mein test 5 zu den guten alten zeiten so habe ich dabei sehr gut was nicht so gut ist ich muss jetzt noch von hier kopieren dankeschön damit ich sie dann hier hinten sitzen kann rechtsklicken gut hier muss ich auch mal gucken habe ich ich habe dort dabei denn dann natürlich das ding immer direkt aus denn das sieht ja schon arg scheiße aus jetzt die frage wächter zeug auch wenn da also wird auch grün wenn der blogger drauf ist oder bleibt die dinge zu überbrauchen die frage ist sowieso genau hier ist genau hier ist noch alles grün das heißt ich bin glück die blöcke werden nicht mehr brauchen mache ich hier gerade ich renne hier um und greife sowieso bekloppt da so ich muss nicht kopieren damit ich dich hier einsetzen kann so wird ein schuh draus so hätten wir das schon mal dafür das muss noch die rückseite die muss ich aber unik setzen da habe ich noch keine vorgabe so recht hat doch von der anzahl ja so wenn man mal gucken wie man dinge ausgerichtet war ja immer so dass der vollblock nach unten zeigt genau das also und die unterste meine kannte halt ich hoffe ich habe mich auch über dran gehalten obwohl hier muss ja dann habe ich ja kopiert von der vorne müsste es genauso sein ja ok doch hat er sich immer so gemacht dass mich drauf gut das heißt hier hinten ist auch so drehen dass die kante unten ist ungefähr so kopieren einführen 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 du kannst weg dankeschön hui das geht auch weg wacht hier was scheiß daher daher so dann haben wir die umrandung schon fertig ja schon ganz geil was auch geil wäre ist wenn man hier so wie das kennt man so von älteren häusern das ist nämlich tatsächlich auch genau bei dem haus gewesen da bin ich halt hier ne also ich kann mir jetzt als beispiel von hier und das war jetzt kein u so wie hier sondern war bloß ein l das heißt der flügel war da der ging sogar noch weiter weil der ganze hausfront und hier gehen in der hausfront nach links weiter und da war es tatsächlich so dass du hier also ein eingang hat ist und dann ich weiß gar nicht ob es mehr auf dahinter war oder auf die doch doch war davor da war hier so kleine so eine kleine einbuchtung kleiner minigarten und rechts eine einbuchtung war so eine treppe nach unten ging wo halt so ein keller war der aber nicht so wie bei heutigen häusern komplett unterm boden ist sondern wo der quasi so ein bisschen angehoben war so dass du zum beispiel aus dem keller heraus um so eine fenster reihe hat oder auch so auf die straße gucken kannst und so was will ich hier natürlich auch gerne mal probieren wie man sowas im test realisieren kann ob das überhaupt geht weil da könnt ihr zum beispiel hier sagen weiß nicht art und not wir gehen jetzt hier noch noch zwei noch noch ein block runter ich sagte ein block keiner hört auf mich hier nicht mal ich selber so ungefähr oder könnte man nämlich jetzt hier die blöcke raus schlagen und schuldet man hier so ein kleines guckfenster klappt noch hin machen natürlich wo man es auf die straße gucken kann oder man könnte es natürlich noch tiefer machen das problem ist natürlich dann kann man da hat man zwei lichtfenster aber man könnte nicht mehr gucken das heißt dann muss man schon gucken ob man doch nicht doch oft die höhe gemacht hat natürlich das problem dass wir jetzt denn hier auf der höhe von den fußboden machen müssten und dann hat nur eine ebene hätten für den fußboden was natürlich von der in architektur her fraglich ist ob man das denn gut hinbekommt und dass wir halten sehr sehr beengter keller was jetzt persönlich schlimm ist meine keller kann natürlich auch so ein feeling haben doch doch das ist kann man das kann man schon machen wir können natürlich gucken ob wir hier noch so eine obwohl ich habe überlegt ob wir hier vielleicht so eine slabs einfügen dass der dass wir quasi vom gucken her ein bisschen runter kommen das problem dabei ist natürlich dass wir dann da nicht mehr aufstellen können dann würde quasi alles fliegen aber vielleicht müssen wir gucken ob wir was machen also inwieweit wir da noch wissen tricksen können das wäre halt auf jeden fall so eine idee von mir aber das alles machen wir erstmal in der nächsten folge es kann übrigens durchaus sein dass bei mir jetzt in der nächsten zeit so ein zwei drei vier folgen sage ich mal maximal ausfallen ich muss mal ganz kurz gucken weil bei mir steht jetzt ein privater termin aka hochzeit an und die folgen reichen derzeit bis zum 26 ich habe jetzt vier folgen aufgenommen das heißt das reicht dann bis zum 30 das heißt muss immer gucken ob ich morgen noch dazu komme folgen aufzunehmen wenn nicht könnte es sein dass bis zu drei tage keine folgen kommen also für den fall dass nach dieser folge jetzt erstmal zwei drei vier tage keine folgen kommen nicht erschrecken das ist halt so bei mir gibt es sowieso keine garantie dass folgen kommen ich versuche es von tagesrhythmus einzuhalten aber kann ab und zu mal mehr sein aber auch weniger und daher darf nur noch mal dazu gesagt und dann sehen wir uns der nächsten folge wieder aber noch immer die denn kommen mag bis dann